Ich wüsste ja nicht, was es da zu lachen gibt. Ich hab ja einiges für den Lachen. Nee! Von meiner Warte aus viel. So, Gregor, du... Drei, zwei, eins, jetzt! Das war aber vor dem Jetzt. Nein, das war genau beim Jetzt. Nee, dann ist dein Skype langsamer als dein Portal. Das ist... Was machst du? Wo komm ich hin? Hä? Du musst da oben auf das Lied draufsetzen. Auf welches? Über dir. Oben ist über dir. Na gut, ich hab mich nicht vercheckt. Wo es keinen Daumen gibt. Nein, aber ist ja egal. Na gut. Na gut. So. Na gut. So. Hoch, 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 hoch. Nachdem ich weiss wie Redstone funktioniert, könnte ich eigentlich auch einen Pool bauen, der aus dem Boden ausfährt. Stop, 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 stop. Wow. Da ist ein Roboter ruhig der. Sehr gut. Kann man nicht rein. Was kannst du jetzt bauen? Kann man einen Pool bauen der aus dem Boden ausfährt? Nee, ne. Nee. Das ist nicht so, weil der... Weil der schiebt ja keine ganzen Ebenen, der schiebt ja die Steine nur automat... nur einzeln, ne. Ja, du musst mich da runter, 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 runter. Ah, warte, kann ich hier. Ich kann da nicht hoch. Ich hab keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Warte. Weil ich nämlich hier kein Portal setzen kann. Ach so. Ziehen, ziehen, zieht ab. Na, warte. Schon gut. Oh, ja, ich bin da. Also man kann... Ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da. 2x2 Pool zum Beispiel. Ne, 2x4 kann man sogar einlassen. Ach so. Einlassen. Aber... Das ist ein bisschen klein. Ich will mein monumentales Bauwerk hier. Wie komm ich jetzt hier raus? Äh, gar nicht. Ach so, doch, du musst mich wieder... Hä? Kannst du da ein Portal hinsetzen, Leo? Ja, danke. Hä, was hört da irgendwie auf? Hört da auf? Was ist das für eine Scheiße? Warte. Ah, jetzt, ja, jetzt. Ja. Ja, jetzt, ja, jetzt. So. Ja, wo bin ich? Dann waren wir nicht so verdreht. Wo ist unten, wo ist oben? Warte. Die da auch geht... Nein, nein. Oh. Oh, super. Ich tue jetzt hier raus. Ne, ne. So, bis unten. Ah, okay. Ach, okay. Ach, okay. Da ist alles klar. Ja. Bisschen Würfel. Ah, ja, ja. Komm, komm hoch. Komm hier hoch. Nee, warte, warte, warte. Nee, geh wieder zurück, geh wieder zurück. Äh, komm hier hoch. So, jetzt aber... Genau, und zwar kommt es jetzt bis ganz oben hin. Ah, dann muss man es runterfallen lassen, naja. Genau, dann setzt das rote hier hin. Ich? Nee, du. Nee, ich, ich, ich. Mach. Na, wie nice. Hä, jetzt habe ich den Würfel? Hä? Warum hast du denn? Was war das denn jetzt für derblicher Fehler? Oh, ich wollte mich gerade schon zurückkartofenieren lassen. Boah, ich wäre fast auf den Karpult drauf gelaufen. Ja, wäre jetzt nicht so dramatisch gewesen. Aber was war das denn für ein Fehler? Keine Ahnung, das war sehr seltsam. Sehr, sehr, sehr strange. Bitte vermeidet dort draußen diese albernen Gesten. Tja. Schon wieder Level geschafft. Jetzt müssen wir noch diese Disc finden, wie immer. Mhm. Aperture ... Bäh. Aperture ... Wie heißt es denn, Aperture Science. Aperture Science. Aperture Science. Apple ... Daher kommt bestimmt Apple, Alter. Die haben auch wohl immer getestet. Ist aber alles weiß. Diese Song, diese ... Klar, Apple ist bestimmt aus Portal entstanden. ja ja Appeture Portal wir müssen das E-Werk am Ende dieser Strecke finden Appeture Portal da was ist dann der Appel Shop oh, oh Gott App Portal, aha, ja, ja, schön, schön sicher nur ein Verwaltungsfehle ja, die Verwaltung Nimm mal hier das Ding mit Welches Ding? Hier! Oh, richtig, ja! oh, ach, das, kennt das noch, was noch? ich muss hier unten jetzt das Portal wir waren das gleich, ich muss hier ein Portal auf die nee, warte, 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 das ist rot das kann ich doch machen, hier ja, und ich muss jetzt oh, 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 oh nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut nicht gut dass ist immer so lustig, dass ihr Radio das war ein dort unterfallen bist du auch am Leben ja ja okay aber ich dachte gerade als Sterben wir aber zwei Prozent sind das ganze Puzzle doch wunderbar funktioniert oder irgendwelche und ich glaube nicht dass das die eigentliche Lösung das ist nicht so gut ich glaube nicht dass das die eigentliche Lösung ist aber es gibt auch oft mehr mal mehrere Lösungen der Porto eigentlich immer nur eine exakt eine einzige Lösung bei Portal ja bei Portal ey was ist voll ja scheiße was ist das denn jetzt scheiße bei Portal gibt es eigentlich nur eine einzige Lösung weil du nur manchmal gibt es auch mehrere ja wir sind wieder hier wo wir angefangen haben rüber Tja was meinst du ich bin wieder da wo wir angefangen haben nein nein nicht der Raum bitte nicht der Raum wie wir sind wieder da wo wir angefangen haben ich weiß nicht wie ich da hingekommen bin mach doch hier ja ja ich kann nicht jetzt zurück ja ich komm versuch' alleine ja ist das bezweiflich jetzt irgendwie ich muss ja die ganzen Roboter abwehren ne ich bin meine ganzen Pflanzen fertig ne die Roboter sind weg die Roboter sind weg ne ich kann nicht sterben die Roboter sind weg die Roboter sind weg die Roboter sind weg dann ist das ein anderes so aber ich kann durch diese Tür ja nicht mehr durch irgendwie haben wir grad nen Bug warte siehst du mich ja was ist das für ein scheiß ich hab keine Ahnung ich kann auch nicht sterben weil ich die Roboter abgemuckst habe ok wir haben hier grade nen richtig krassen Ingame Bug das sollte eigentlich nicht passieren stirb doch mal vielleicht kommst du nicht hier hin ich kann nicht mehr sterben hier ist ein Geländer drumherum oh das ist natürlich auch wieder geil ja da hätt ich mir vorüberlegt was ich jetzt so rauskommen soll weil hier sind nämlich hier wenn du in der Perspektive guckst sind nämlich die beiden Röhren von Orange und Blue ja das ist mal geil ja ich würd sagen ich geh nochmal kurz raus und wieder rein ja wenn ich dann nicht auch irgendwie du wirst wahrscheinlich auch rausgeschmissen und beendet äh ich häng auf jeden Fall fest ein neuer Verbindungsversuch zum Server ja warte nach Freunden suchen leider haben sie keine Freunde du bist aber die ganze Zeit immer mal wieder am laggen ne ich? Server Mode herunter ich? ja ja der Gregor wie am laggen? was meinst du mit am laggen? ja so beim Skype also ich hör den Clown deutlich ja vielleicht liegt's auch an mir keine Ahnung man kann scheinen bei dich hör ich normal ich hör euch beide normal ja das könnte natürlich sein oh jetzt ist der Gregor komplett dumm ja das ist schon klar ja das ist schon klar wieso ist das klar ich hab dich übrigens eingeladen Gregor du solltest die Einladung vielleicht mal annehmen ok hab ich keinen Bock drauf wo hast du? auf meiner Einladung? ne dann mach ich den fahr weiter bitte ihre Sitzung konnte nicht neu geladen werden sie fangen immer von vorne an ne war er ernsthaft? nein das wäre ja scheiße das wäre scheiße das wäre scheiße bitte was soll das? mal Kakteen kann ich doch auch anbauen ne? das heißt Kaktusse ja ich hätte nicht gedacht dass ihr so weit kommt ach ne wir kommen ja wieder von der Alarm nach eurem Kalibrierungstest wollte ich schon eure Kerne demontieren und wieder in die Traschenchen einbauen 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 wir reden ja nicht von deiner Freundin ja aber ihr seid ein echtes wie es wie konntest du denn da sterben ich konnte mal ein Team das ich noch näher stand aber ich musste einen von ihnen vernichten oh Gott warum kann ich alleine hier rein nun darüber möchte ich lieber nicht sprechen boah wie viel Spaß es einfach macht hier einfach nur am Fenster zu stehen in deinem Haus so verdammt verlasst euch nicht zu sehr darauf dass die Remontageeinheit euch ununterbrochen zur Verfügung steht sie ist nicht euer Sklave ah cool wie kann man durchschalten welche selber man spielen will wir wollen das letzte spielen das ist das letzte übrigens warum ist sie orange warum fehlt bei orange eins das ist anscheinend nicht geschafft super toll ja komm ja das sieht doch mal hier durch oh Gott oh Gott oh Gott was für ein Schwachsinn blockiert der Mitch einfach oh Mann wann spielt denn der so ungefähr habt ihr überhaupt ihr habt wahrscheinlich keine festen Zeiten einfach irgendwo gekauft mein was mein was achso ja ja eben wenns grad passt wenn wir keinen Daisy zocken halt vor allem hihihi genau wenn wir dann nachdenken spielt ja eigentlich nur nicht in der einen wir spielen auch Minecraft ja und ja ist so sicher nur ein Verwaltungsfehle ja die Verwaltung jetzt muss ich die Dinger hier setzen ne ja das dunkelblaue ja das dunkelblaue jetzt müsste eigentlich hier genau das war ja mal ultra verbockt dann kann man nämlich von da aus ok wir scheinen also eigentlich doch schon möglich zu sein nein scheiße ich wollte den auf dich lenken ahaha dankeschön füg dich hör auf mit dem Scheiß haha 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 nein das ist das haha 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 hör auf hör auf hör auf hör auf heben wir uns auf heben wir uns auf stell ihn in die Ecke na ne 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 vorsichtig gerade ganz gerade ganz gerade so stell ihn bitte in die Ecke haha in die Stelle Ecke Könnten Sie bitte herkommen oh ich wusste was jetzt von da kann man nicht rein von da aber auch nicht hä das ist halt der scheiße ähm was wollte ich jetzt überhaupt machen achso ne quatsch quatsch ich bin da auf dem so ne pfff das war schon der scheiße film nein klar dann müssen wir hoch so wow was geht denn jetzt was hast du gemacht so und jetzt kommt nämlich der dahin und nein Gregor einer von uns jetzt kommen wir hier runter setz den dort aber dahin wofür mach das mal und das andere dahin ha 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 ja und jetzt bist du da gefangen du doof nein man kann doch hier hoch nein das haben wir ja nicht hoch natürlich müssen wir doch hoch nein komm auf die andere seite wir müssen hier hoch wo ich bin du was denn ja komm gucken komm mal hier also pass auf komm hier runter ah ja tatsächlich also du setzt deins da hin du bist für die Schilde verantwortlich hier hab ich ja schon achso hast du gelb ok jetzt muss ich das blaue da hin sollen wir den Roboter einfach hier stehen lassen ja das war doch noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht warum nicht jetzt komm ich mal raus ich bin hier auf der Zwischenebene achso ok das finde ich auch so so das heißt rot muss jetzt ach das können wir von hier aus gucken was wir genau machen müssen also rot wir müssen auf jeden Fall da hinein packen glaube ich ne würd ich sagen ja ja dann sieht es aber der da nein der da nein der da du setzt die dinge auf diese Röhre drauf ja aber der da kann uns sehen aber der da auch doch jetzt ja ich bin hier du hängst in der Luft ihr solltet die Geschütztürme vermeiden danke bitte bitteschön gibt mal Mühe hier Peter so dann mach ich das gleich jetzt nochmal dann geh ich schon mal auf die Tischnebene